Wie ändere ich die Sprache auf Spotify? Möglicherweise möchten Sie aus irgendeinem Grund die Sprache der Spotify-Anwendung ändern. Hierzu verweisen wir auf die Einstellungen innerhalb der Anwendung und das Menü in diesem Abschnitt. Aber egal wie viel Sie scrollen, Sie werden hier definitiv nichts finden, was als Sprachänderung bezeichnet wird. Tatsächlich gibt es in dieser Anwendung kein Element, mit dem Sie die gewünschte Sprache ändern können, und Sie können dies auf andere Weise tun. Um die Spotify-Sprache ändern zu können, müssen Sie zunächst den Einstellungsbereich Ihres Telefons aufrufen. Suchen Sie nun hier nach dem Wortsprache. Wenn Sie nun auf diese Option klicken, können Sie die gewünschte Sprache finden. Wie Sie sehen, gibt es für jedes Telefon unterschiedliche Sprachen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei Ihrem Telefon um Android oder iOS handelt. Wenn Sie auf eine dieser Sprachen klicken, wird die Sprache Ihrer Bewerbung auf diese geändert. Wenn es sich nicht ändert, schalten Sie Ihr Telefon aus und wieder ein. Bitte liken und Kanal abonnieren.